Hallo, ich bin Dr. Motte und am Samstag, den 11. Juli, schauen wir gemeinsam meinen Dr. Mottes Birthday-Stream an, auf meiner Fanpage auf Facebook. Ich hoffe, ihr seid dabei, außerdem gibt es noch eine Überraschung, ich sage nur Misenhäuser. Also, wir sehen uns am 11. Juli auf meiner Fanpage Dr. Mottes Birthday-Stream. Vielen Dank.